Willkommen zurück zu WoW, es ist gerade 17.17 Uhr, was für ein Zufall. Also, wir haben ja immer noch unsere Quest hier gehabt. Eine davon war ja hier die Savage, oder wie auch immer die heißt. Meldet euch bei, ah ne, die hier. Dann musste ich hier die hier retten. Ich habe vergessen, ob ich damit hinrennen muss. Da am Arsch der Welt. Okay. Neues gibt es eigentlich gerade nicht viel. Ich habe gestern vergessen, Wii Uwe zu spielen, aber ich hatte keine Zeit. Vergessen nicht, ich hatte keine Zeit. So, dann nehme ich jetzt dafür gerade auf, ist ja klar. Und ich habe gerade ein bisschen Hitman aufgenommen, wieder ungefähr 50 Minuten gespielt. Ja, habe ich aufgenommen, ne. Ist ja klar, habe ich ja gesagt, ne. Ich verstehe, was ich meine. Äh, äh, you know, you know. Verfuck. Verfuck, was ist das für ein Wort? Ich muss Morlock-Babys wieder mitnehmen und intrigieren und mitnehmen und, äh. Lass mich in Ruhe. Super Geschwindigkeit. Oder auch nicht. Wee. Wo muss ich denn mit den Scheiß-Dingern hin? Ich muss diesen Scheiß-Kaul-Quappen-Blöd-Dingern... Was ist denn das für ein Monster da hier gewesen? Mit zwei Köpfen und so. Das wäre... Solchen Dinger müssen wir mir echt begegnen. Das wäre mal cool. Muss ich mit denen ins Wasser? Einmal mich im Hautler greifen Bob Nether-Gard an. Das ist mir aber irgendwie egal. Kommt mit, meine Morlock-Babys. Einmal mal aufs Wasser. Die Sternkoll-Quappen, die sich noch auf der Müsse-Küste... Au! Tschüss, liebe Kaui-Quappen. Da schwimmen sie davon. Ist das nicht wunderschön mit anzusehen? Egal. So. Wir haben immer noch unsere Queste zu erledigen. Die zwei. Die Götze zerstören und ganz viele komische, blöde, hässliche Typen töten. Das tun wir jetzt. Da oben sind ja schon welche, die wir noch töten können. Fangen wir mal hier an. Was machen die hier? Gladiator kämpfen mit Morlocks? Geil ist das denn? Die müssen ja auch mal kommen, ey. Der eine Morlock gewinnt. Ich setze auf den Morlock da. Ja, versteht ihr noch gerade. Versteht ihr nicht? Nein, nein. Ihr habt es verstanden. Nein, habt ihr nicht. Doch, habt ihr? Ich weiß es nicht. Den Götz haben wir auch. Wir hatten da überall irgendwelche bösen, hässlichen... Egal, töten wir ihn. Dort. Unsichtbar machen. Und auch. Ne, den Kopf loswirken. Obwohl, ne. Das ist zu weit entgegen. Wie klauen wir? Was ist denn so böse? Und... Ausweilen. Ich hasse Naga über alles. Ich bin gespannt, wenn mal meine Ausrüstung ankommt von meinem Mikrofon. Bin ich wirklich gespannt. Ohne Scheiß jetzt, ey. Dicke, schön. Nein, aber... Ich hoffe bald. Hier ist nichts mehr zum töten anscheinend. Nö, okay. Dann schwingen wir uns aufs Mount. Arme Morlocks. Egal. Was haben wir denn da? Irgendwelche... Götzendienerinnen. Ja, bis zum letzten Mal gedient. Das wollte ich schon immer mal sagen. Höh. Gesundung. Jetzt halte ich mich einfach mal in der Zeit nebenbei. Immer schön. Ach ja. It's beautiful day. Ich wundere, dass es hier keine RAM-Mops gibt. Also gerade. Normalerweise gibt es doch immer irgendwelche RAM-Mops. In solchen Lager. Lagern. Zumindest in der Schermwelt ist es meist so. Gewesen. Egal. Ich habe irgendwas aus meinem Bildschirm gerade. Fernseher wird in Kölze durch die Faust standby abgeschaltet. Nö, jetzt nicht mehr. Lalalalalala. Hätten wir auch. Können es nur noch andere komische Typen, die alle dort hinten sein sollten. Bei der Höhle. Töten wir die einfach alle. Gehen die Quest abgeben und freuen uns. Das Leben. Was machen die denn hier eigentlich? Was ist denn das hier für ein komisches Lager? Die Lager haben echte irgendwie voll die Probleme, ey. Die sind richtig krank. Entschuldigung, ist er tot. Lalalalalalalalalala. Böse! So viele kleine süße Molloks. Oh yeah. Oh yeah. So viele kleine süße Molloks. Was haben wir hier? Da war noch Arbeit. Vielleicht schon wieder retten, aber ich habe keinen Bock zu. Also wieder bis zu dem scheiß Sederrennen. Bin blöd. Egal. Hamiamiha. Ich müsste mal die anderen töten. Dann gibt es ja noch irgendwo... Ah, hier. Da sind sie ja. Die töten müssen auch die Celot. Was ist denn da oben? Celot. Ja, 2300. Und eine Turium-Schließkassette bekommen, die ich sogar öffnen kann. Wunderschön. Das heißt, die werden wir jetzt öffnen. Wer hätte das gedacht? Aus dem Himmel gedonnert hat einer gerade einen Erfolg in der Gelle bekommen. Wunderschön. So. Öffnen wir mal unsere Kassette, die wir bekommen haben. Schocken haben es gut. Und was haben wir drinnen? Eine grüne Axt, die wir für vier Gold verkaufen können. Alter, Alter. Das finde ich ja, das ist ja reife Leistung. Naja, die Tanten müssen wir auch noch tönen. Schnell. Einmal heilen will ich mich noch. Ohöööö, cool. Ist voll gelohnt. Hey. Ich sollte den mal so töten und ein paar Punkte mitnehmen, ne? Ja, mache ich das so. So. Die Punkte nehmen wir mit und töten ihn so. Oh, er wird böse. Oh, er ist schon tot. Heilen wir uns jetzt die ganze Zeit über. Das ist doch schön. Du könntest ja auch mal jetzt sterben gehen. Was haben wir denn noch? Ja, die Tanten müssen wir immer noch töten. Und, die lebt ja noch. Und noch Celoten. Ah, hier, da sind noch welche. Cenot. Celot. Oder was weiß ich. Vagina. Ich nenne sie einfach Uschi. So. Oh, da kommt der nächste. Den wir auch direkt töten. Sterben. Der lebt ja immer noch. Einfach pübsch nochmal. Auch auszuweichen. So, da hätten wir die Quest fertig. Gehen sie mal abgeben. Erstmal müssen wir aus der Höhle raus. Das ist wichtiger. So, hier haben wir Sprinten. Wir sind in Verstorben halt eh schneller als normal zu Fuß. Habe ich jetzt auch an einem Video von mir gesehen. Da hat einer das geschrieben. Und mir dann sagt, an welcher Stelle man das gut sehen kann. Und konnte ich auch gut sehen. Ich bin tatsächlich in Verstorben halt schneller als zu Fuß. Wie geil ist das denn? Nachtelfen vor sie bin. Wir werden jetzt nicht die ganzen verkackten Babys hier retten. Wir werden die Quest abgehend gehen. Und man macht einfach keinen Törner, die ganze Zeit dahin zu rennen, weißt du? Zu dem blöden Meer dahinten. Nur um diese blöden Monarch Babys da abzugeben. So. Du bist schon 10 Minuten wieder vergoldet bei diesen blöden Naga-Wichsern hier. Jetzt habe ich die geflamed. Ey, das geht ja gar nicht wie ihr. Wie sehr ich die geflamed habe. Da ist ja der tote Möller. Neptol. Häuptling. Das ist der Häuptling. Der tote Häuptling. Ich muss ihn wieder an. So, was hast du denn Schönes für mich? Äh, nix. Du hast echt nur Scheiße. Ein Gold. Nehmen wir den hier. Der gibt am Eis. Falsche Götze. Keine Quest mehr für mich. Du bist blöd. Du bist scheiße. Ich hasse dich. Okay, dann gehen wir weiter. In der Richtung zu... Wir haben ja noch eine Quest jetzt, wo wir noch ins nächste Lager müssen. Zu der... Meldet euch bei Bürgermeister Karl Gunnissbord. Connissbord. In Zervic in den verwüsteten Landen. Okay. War ich auch noch nie. Mal sehen, was da auf mich zukommen wird. Nanananananana. Ja, wo da hinten? Einfach den Weg folgen. Ich frage mich, wer den Weg hier geflastert hat. Ich meine, das müssen ja auch irgendwelche Menschen hier getan haben. Also... Das ist aber keine schöne Aufgabe. Weg pflastern hier. Die roten Weiten. Oh, hier. Das sind ja irgendwelche Bäume. Ich will die roten Weiten erkunden. Ich will diesen Berg hier erkunden. Warum erkundet der das nicht? Hallo? Los, komm. Einmal. Los, schaust du. Ich würde mich schon verarschen, ne? Ich gehe hier mal hoch. Ich gehe hier wieder runter. Weil da oben Hortler sind. So, dann haben wir diesen Berg auch. Da fehlt nur noch hier dieser ganze Rand hier. Ach du Kacke. Was ist denn hier los? War ich noch nie. Ist ja auch neu hier. Oh, das sieht lustig aus da. Das sieht aus wie von Worm gebaut. Also der Stil und so, das passt zu den Worm. Oh, hier ist ein normaler Mensch. Seht euch ruhig um. Siehe den Ehrenfreund. Es wird noch nicht überrascht, dass die meisten Einwohner von Savage nicht wegen der angelehnten Atmosphäre in die verwüsten Lande gekommen sind. Sie kamen, weil sie einem Traum eines idealischen Droiden folgen. Oh, nee, Droiden. Nicht Droiden. Nee, oh, Droiden. Nee, oh, oh, nee, Droiden. Oh, nee. Ah, hier. Süßes oder saures. Level Up. Ah, Level Up, du Süßes oder saures. Wunderschön. Wir haben ein Level Up bekommen. Wir sind Level 57 jetzt. Noch drei Level, dann sind wir 60. Und dann ist Classic vorbei. Erhöht euren verursachten Schadenbytes hier, mit einem Bluetooth-Effekt betroffen sind um 8%. Blablablabla. Hey, bitte, bitte, bitte. So. Ah ja, ich habe hier eine Handvoll Süßigkeiten bekommen. Die wollen wir natürlich noch. Ah, wie geil ist das denn? Ein Gruselkörbis. Das ist ein Haustier. Da, 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 da. Wir haben einen gruseligen Körbis. Ah, na, 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 na. Grusel, Gruselkörbis. Was war jetzt nochmal unsere Quest? Ah, das machen wir dann in der... What's the fuck? Da oben muss ich noch irgendwas erkunden. What's the fuck? Das sieht hier irgendwie alles nach Warm-Baustil aus, finde ich jetzt. Sehr sogar. Reiche Thorium-Ader. Oh, ich finde gut, dass die Bäume alle freundlich sind. Das hat einen Pluspunkt verdient. Oh, was sind das denn? Das sind hier riesige, fette Dämonen. Meine Fressen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Das ist mir jetzt zu doof. Tschüss. Oh, was sind wir jetzt? Ja,zogenenpr sinnen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.